Moin so Leute, hier ist Max und willkommen zum wöchentlichen Giveaway. Heute gibt es eine Pharma-Sergeant in viel Tested in StatTrak-Condition. Finde ich jetzt nicht wirklich so, dass es viel Tested aussieht, es sieht da jedenfalls nicht wirklich große Kratzer da. Ich finde die eigentlich an sich ganz schick, deswegen habe ich schon fast überlegt, das zu behalten, aber da StatTrak ist, benutze ich, werde ich sowieso nicht so viel benutzen, weil ich hier meine After Image habe, die nicht angezeigt wird. Ja, gut, wer sich haben will, wie immer, Abonnent sein, ein Like da lassen unter diesem Video und ein Kommentar schreiben mit eurer Steam-ID, also mit eurem Steam-Link oder einen Trade. Soviel dazu, das war's schon. Auf jeden Fall, danke für die Support beim Matchmaking-Highlights-Montage-Video. Freue ich mich auf jeden Fall drüber, habe ich mir auch wirklich Mühe gegeben bei, wobei es wirklich noch nicht gut ist. Ja, wiederum, wenn ihr es euch gesehen habt, schaut es euch an. Deswegen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ja, tschau! Bis zum nächsten Mal und ja, tschau! Vielen Dank.